Zerrufuss Leute! So, wieder einmal alte Schmankerlein-Test, OPIP-Brand. Wie wir Cracker sind das, wie man sieht vom Format. Wie man schon sieht, die schauen schon älter aus, ne? Warten wir mal wegkommen, also besser wäre Sommer. So ist da kein Schauerfahrer, also Volksrepublik China, das alte Zeug da. Jetzt kommt Uta. Weischt nicht mehr da, aber die... Verstehst du das? JLH, Herstellung die ECO Hamburg, ist ja guter. Ja passt, nachher. Da ist immer ganz sanft da drauf, oder? Oh, sanft. Schön, was da sanft ist schon. Oh, haben Sie ein paar am Label vergessen? Ah ja. Oh, dauernd unten noch. Aua. Dauernd. Ich schaue mal das gleich. So, wie schauen wir denn aus? Ui, da ist schon wieder gefällt da. Ja, vielleicht auch zu mal die Gefälltnis. Gut verarbeitet noch. Andere Seite. Oh ja. Oh ja. Oh, da werden wir nicht lang rum, also. Schauen wir mal. Boah. Bist du da der Knochen abweift? Ja, die waren ja. Die drücken. Die waren ja laut, ha. Hey, für den Bürocracker, ha. War eine oder? Ah, der war nichts. Ich? Ja, gut. So, bin ich toll. 3 Stunden. Ja, nein. Das sind sie nicht. Und Schnipsel, ne? Ja, schmeiß mal an in die Luft. Obwohl bei der grauen Lunte hat das was passiert. Wir haben ja noch eine. Das war ein Kreislegen mit denen. Das war zack. Mit der letzten Boppen. Ja, ja. Da glaube ich, da hat man schon so ein Haftleit noch schwindeln anfangen, schätze. Ja, das glaube ich auch. Ja, war eine Schadebund. Was ist hier? Okay. Das war alles, das war, das war wohl auch schon. Was ist hier? Was ist hier? Und der Kana ist schon ausgegangen bis jetzt. Das Alter hat es auch. Ja, das ist das alte Zeug. Geil. Doppel. 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 So, das nächste Barschle. So, das wird alles abgekalkt. Ja, das wird alles. Machst du mal da? Machst du echt? Oha. Das macht dir eigentlich Spass. Ja, sicher. Heute wieder eine Eskalation. Eskalation mit Old Stuff, oder? Mhm. Mhm. Oha, und das ist die Leute. Ich seh die Kommentare schon. Was sagst du denn jetzt für eines? Das gute alte Zeug, was er weg hat. Das 20. Kommentar. Was ich immer so angekommen ist. Ja, für das ist es ja da. Boah. 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 Ist doch wahnsinnig. Wicke, oder? Ja, da ist schon noch Platz. Ja, da ist schon ein Sprühjahr gewesen. Ja, oder? Ja, oder? Ja, jeder hat einmal so... Wahnsinn. Aber ja. Das war's auch soweit schon wieder gewesen. Also, bis zur nächsten Mal. Und Servus. Servus. Das war's. Das war's.